Herzlich willkommen zum Video, ich heiße Felix und in diesem Video soll es das Post-Launch-Update geben zum Phantom Crops Farmer. Wir wollen über das Projekt sprechen, wie der Launch verlaufen ist, wie meine Strategie ist für die nächsten Tage, was ich investiert habe und wie es jetzt quasi weitergeht. Vorab nochmal, bitte entschuldigt meine Stimme, ich bin immer noch saumäßig heiser vom Champions League Finale. Ich hoffe, das gibt sich die nächsten Videos bzw. die nächsten Tage dann wieder. Und zwar, wie ihr im Hintergrund schon seht, der Phantom Crops Farmer ist gelauncht zum aktuellen Zeitpunkt, jetzt bei mir vor ca. 5 Stunden das Ganze. Wir haben jetzt schon 415.000 Phantom gestaked. Ich schätze, dass wir jetzt in den ersten 24 Stunden die 500.000er Marke an Phantom, die hier gestaked wurden, knacken können. Insgesamt sind hier 1059 Leute eingestiegen. Das ist natürlich, wenn wir uns z.B. den BUSD oder den BNB Farmer anschauen, noch gar nichts. Das heißt, die Aufmerksamkeit für das Projekt ist mal wieder noch gar nicht da und das ist wieder perfekt. Die Leute kommen nach und nach, das Projekt baut nach und nach auf. Das ist das Beste, was uns in diesem Fall passieren kann. Wenn wir jetzt hier einmal runterscrollen, dann seht ihr auch schon mein initiales Investment. Und zwar habe ich 420 Phantom eingezahlt, habe dafür rund 1100 Farmer bekommen, die mir jetzt 52 Phantom hier täglich produzieren. Das heißt, wenn ich hier mit der 5-2-Strategie fahre, also quasi 5 Tage in Folge, jeden Tag zweimal das Ganze compounde, bis ich hier immer 10 Compound-Counts habe und dann 2 Tage das Ganze aufsummieren lasse, bis mein Card bei 48 Stunden bzw. bei 0 hier ist und ich das auszahle, bin ich nach 4 Wochen Break-Even und verdiene dann quasi jede Woche 100 Phantom bzw. zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon viel mehr, da sich natürlich dieser Wert erhöht, je nachdem wie stark die Contract Balance hier noch steigt. Also das ist eben auch die Strategie für die nächsten Tage und Wochen. Ich werde das Ganze zweimal täglich compounden, immer wenn hier der Timer abgelaufen ist, wenn wir hier bei 0 sind, werde ich mir einen Wecker stellen, das Ganze compounden, zweimal täglich und sobald ich hier 10 Mal das Ganze gemacht habe, werde ich hier den Timer runterlaufen lassen, bis er auf 0 ist und dann das Ganze auszahlen, sodass ich eben nach 4 Wochen Break-Even bin. Das ist meine Strategie. Ihr könnt natürlich das Ganze auch anders machen, wenn ihr das Ganze langfristiger und noch schneller eure Rewards aufbauen wollt. Dann könnt ihr das Ganze auch 10 Mal compounden und dann nach 24 Stunden schon auszahlen, sodass ihr quasi einmal diesen Wert erhaltet. Ich in meinem Fall mache es so, dass ich schnellstmöglich meinen Return on Invest aus diesem Projekt rausziehen kann, dass ich quasi das Ganze zwei Tage auflaufen lasse, da das eben das Maximum ist, wie ihr hier seht. 48 Stunden kann man das nur maximal machen. Das ist eben der Timer hier und dann werde ich das Ganze auszahlen. Das ganze Projekt wird auch schon beworben, wie ich auf der Moonarch-Seite gesehen habe und zwar seht ihr hier oben, alle Miner werden hier oben beworben. Sie haben auch in der WhatsApp bzw. in der Telegram-Gruppe, nicht WhatsApp, gesagt, dass sie den USDC-Crops-Farmer unter anderem intensiver bewerben wollen, da der eben gerade so ein bisschen hinterherhinkt und alle drei anderen eben gut performen. Wenn wir uns das Ganze anschauen, das wurde jetzt eben hier gelistet, ganz neu. Wir haben hier den 6% bis zu 6% tägliche Rendite und sind jetzt erstmal hier oben gelistet. Meiner Meinung nach sind diese Miner-Projekte aktuell die beste Form, um in diesem Bärenmarkt, wenn wir uns zum Beispiel nochmal den ganzen Kryptomarkt hier anschauen, also zum Beispiel auch den Move, den Bitcoin gestern gemacht hat, ein Großteil von euch wird es bestimmt verfolgt haben, ist das zumindest meiner Meinung nach aktuell eine sehr gute Möglichkeit, hier passiv seine Coins zu bekommen, egal zu welchem Preis. Heißt, wenn wir uns jetzt den Phantom-Crops-Farmer hier anschauen, nach vier Wochen, egal wo der Phantom-Preis dann steht, kriege ich jede Woche 100 Phantome, also zweimal diese tägliche Auszahlung hier. Egal zu welchem Preis, wenn sich Phantom bis dahin verdoppelt hat, kriege ich das Ganze, wenn sich es nochmal halbiert hat, kriege ich halt nur die Hälfte. Aber, wie gesagt, meiner Meinung nach aktuell die beste Möglichkeit, um hier im Bärenmarkt Geld zu verdienen. Wenn ihr hier auch investieren wollt, der Link wird auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung sein. Ihr müsst Phantom aufgeladen haben, das Ganze läuft auf der Phantom-Chain. Ihr geht quasi hier runter, setzt die Menge ein, die ihr hier staken wollt, geht auf Hire Farmers, bestätigt die Transaktion und dann seht ihr eure eingezahlte Menge hier oben und diese produziert euch dann Rewards in Phantom-Token. Das soll es im Grunde zu diesem kurzen Update-Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, immer gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder.